Halli Hallo Hallöchen Leute und Herzbekommen zurück zu Letzten Play Half-Life mit mir dem Rdp alles hallo 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 wie Köln H1 H1 und vorbeigehren schießt oder ich konnte natürlich ist das gemerkt der Austausch hat er gemerkt dass er liegt Köln der Verhältnisse gegen Panzerung ich liebe Panzerung denn das ist worum es geht sie liebte er hat wirklich nur die Hälfte die Führer ist immer nur die Hälfte ich sehe es noch nicht die geben die den Rest ich würde nicht durch das ob er die Tüge nicht mal auf Ernsthaft hey ich war hier laufen schon mal so langsam bin ich jetzt aber echt in diesen ich fühle mich verarscht Modus ich muss auch schwer ich habe die Hoffnung dass ich die Dinger kaputt kriege irgendwie lange ich die Befürchtung ich muss das Ding kaputt schießen oder kann es und nicht hochschießen hallo wer schießt hier auf wen vor allem ist die Frage ich hasse diesen Typen das ist meine Pfanne jetzt hörst du doch schon mal raus du Panzerung alter ich sag's dir Panzerhund 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 ja ich wollte gerade sagen kannst du das Tor aufschießen ich konnte das echt aufschießen kann das sein der sagst du auch so oder? ist er tot? ist er tot oder andere liebt glaube ich noch der Gott Koko Kro kräftig da hat mir geladen noch mal kräftig sein Prozent schießt in den Boden dafür bin ich da ich dachte du nimmst jetzt was kurz die Woche ist was los du sollst nicht brauchen du sollst es brauchen ja irgendwie glaube ich nicht verliebt voll viel Leben das kommt jetzt ein bisschen vor wie ein Soundtrack das kommt jetzt ein bisschen vor wie ein Soundtrack das ist aber schlecht gemacht oder also nein nein Leute das ist kein Soundtrack alles gut so wie es ist schüppchen 30 Leben noch ernsthaft nicht so neul nicht wirklich nein also ich finde es gerade sehr traurig die Füße noch besser noch mal hier leben noch mal hier da wenn sich leben nur also ich weiß ja nicht daran halten weil ich habe auch immer mehr gehabt ja bestimmt 100 wo wo sie wirklich nur wie kann ich hier voll schlecht fortbewegende ja guckte es mal an ja ich muss damit gerade arbeiten ja klar gut schlecht 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 wir sind hier schon wieder los das wird einfach nur das Leben so wird das nicht ich will immer auch dein Leben oh 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 der da hinten ist das Problem ein Glück das ist ich mache meine Zigarette für dich aus ja bitte anfängerfehler ich wollte nur einen fetten Weinbassel ja hat gemerkt war schlecht hast du gemerkt ja ja ich habe ja auch abgebrochen da muss ich weiter wo ich abbrechen musst du weiter jetzt habe ich nur voll viel leben zurück gelassen hier wird niemand zurück gelassen in der da hast du das Prozent 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 ein Back da ich hatte ein Wort jetzt kamer das war sehr trägern wir hatten die letzten umgebracht wir wurden jetzt umgebracht und wie komm ich da hoch vorhanden überfragen 9 die kosten da ich hätte ich will wird so Schlimm oder so ist er nachgeladen wieder Quicksal so läuft das mein ganzes Display was total schlimm ganzes Leben war war es hat auch so begeistert ich tot bin ja dieses kaputte Schossen wir haben gerechnet wo war wir wissen ja ob es zu jedem die Städte haben sich ich sehe ich sehe das muss zu tun einen umbringen mit einer Granate der genau danebenstand ist nicht gestorben so logisch oder auch klingt sehr logisch die Klingel in Kuhn sind blödes Prozent Blöder Rhein heute habe ich kann jetzt nicht hier dies Auto ich glaube ich kann es hier dieses Wort was bringt mir das Kunstfahnd das wäre zu schön das wäre echt zu schön nebenan so was bringt mir das ganz viel hochfahren lassen ja schon gut oder und diese spielereien kann es auch langsam hochfahren lassen ja sie ist wenn ich sicherlich dass dadurch dann langsam hochfahren lassen nie dass aber die Plattform ist ja so so war schon mal rum kannst du jetzt machen ich habe nie die die wird bestimmt total Glocke sollen Quicksal hat er hat er hat er hat er hat er hat er er hat er hat er eine gute Idee wieso auf einmal wieso auf einmal wie ich zurückgegangen ich ihn verloren das ist passiert das ist hier passiert so gut umgemacht im Grunde Quatsch mit Soße heute auf dem präsentiert er ist es nicht schön das sind so eine Hebelbühne da bist du so tot und um die Tor zum Glück steht er nicht in diesen Dingen daran machen wir uns zu trauen tue ich noch kein Scheiß zu tun zu trauen tue ich den das weil sie diesmal durch auch wie öfters getroffen aber sie sind hier drauf steigt nachfragen na sie denken jetzt sicher hoch bis zum ich mag das Spiel ich in letzter Zeit gar nicht mehr weil ich aber nicht weiß man wie es weitergeht und dann weil sich jetzt plötzlich doch das krumm pro krumm ab diesen sei ich dass die ganze Zeit aber das Video mal wieder ablaufen aber da wird das immer diese glücklicher und glücklos Daten werden geladen und so ich beschieße sie welcher klappen können ja nicht über lügen laufen super mario konnte das schweizer der führersplind die Brüder der Amp in gelenden die Fräulein die Brüder der Gäder so umgeht man im Panzer Warte mal nein oder im Augenblick dachte ich wäre schon wieder am Anfang kommt mir anders vor lauf 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 ich bin am Anfang auf lauf die Tür so Prozent näherten Prozent da Kru ich glaubte sie kaum nicht der Verwirrte ich runtergesprungen Kumpelser ist er wieder zurück das ist nur seitdem aber auch wenn sie sich aus diesem Kurs oder neuen so ganz schlechter Kennt es gibt nämlich an Martin Schengen sie nicht kommt man jetzt ein Krieg sei dann ich schreibe ja wir sind cool sprunger hat schon in die Schranken gewiesen ich glaube die Sprunger der Oberfläche das ist sowieso das Ding anwenden soll kann ich auch mein rücken auf einmal schon wieder so wie was los ein bisschen code eingeben warum lassen mich jetzt schon wieder in ruhe hat er mich gesehen hat er gesehen die sind die los die rüber sie bis heftig ist glaube ich eine der stärksten Waffen könnte man glatt sagen wir haben die zu ich würde mal interessieren wie viele Schüsse brauche ich mit einer Revolver gegen das Ding eingezierten 22 mal legt ihr das mal zwei Schüsse mit Revolver und das Ding wir brauchen mehr Munition für den Revolver ja ich hab damals übel viel verballert konzert denken so wir müssen auch immer mit diesen Dingen arbeiten sehe ich das richtig die joholten manche Leben verkackt es so m mit dem doch du und die Nummer verbunden Oh, da passt du noch niemals durch. Doch, wenn ich mich ducke. Oh, mein Leben. Hallo. Oh, wie arschig. Mach's auf mal raus da. Oh, wie arschig. Das musste passieren. Er hat die automatisch gespeichert. Sinn, Penner. Wow. Autsch. So machen wir das. Na klar. Na klar. Abgetaucht. Nein. Das Wasser kocht. Nein. Ich ruf da noch einer rein. Jetzt. Das wäre so mies. Hi. Überleber wie viel. Ich hab grad fast ein ganzes Magazin auf ihn geballert. Nur mal so nebenbei. Ist gut. Dabei. Dabei. Alter, das wäre auch eine Idee. Ja, ich glaube, das schaffst du nicht. Das ist gut gespielt. Das geht nicht. Ich schwörst du. Bruder, ich habe jetzt aber schon mal besiegt. Unterbruch. Verbrannt. Diesmal nicht. Nicht heute so. Was auch ich wieder da wieder. Hallo, die Überraschung. Das war gar nicht so überraschend. Quick save. Quick save. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Ich bin so gut. Das gesehen, wie gut ich im Spreng bin. Der Beste, würde ich sagen. Oh, gut, dass du es eingesehen hast. Das steht. Ah, 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 Trump. Woah, hallo. Hallo. Das ist... Aber nur du... Leben. Ja, aber... Scheiße, ich soll es ja hier wieder Leben. Ich wollte sagen. gut erkannt dann los ab in die Röhre und dann ist erst mal feiern meinst du? für diese Folge! war das Leben! Folge! Ok Mut weiter das war's mit dieser Folge von Half-Life mein Name weiter mein Name ist Eddlp und neben mir das ist der Hand ist und ich kann da schon wieder nicht nachlaufen so jetzt ein gut dann drüber hier auf es geht einfach nur weil Angst und so wir haben damit sagen sie muss nichts vergebildet heißt das Play Half-Life bei anderen Seite der DPR und neben mir sitzt Hannes was